Hallo und willkommen zu einem weiteren Tag der 30-Tage-Blog-Challenge. Heute sprechen wir über das berüchtigte Vergleichsspiel und was du tun solltest, damit es deinen Blogging-Erfolg nicht sabotiert. Was wir heute behandeln werden. Warum ist das Vergleichsspiel am Anfang der größte Motivationskiller? Wie kann man aufhören, sich am Erfolg anderer Menschen zu messen und sich wirklich auf den eigenen Weg konzentrieren? Und warum ist es weniger wichtig, sich anzupassen, sondern sich abzuheben? Während du anfängst, mehr und mehr auf deinem Blog zu teilen und ein Publikum dafür aufzubauen, ist es sehr natürlich, das Gefühl zu haben, dass man nicht genug tut. Warum eigentlich? Weil du vielleicht andere etablierte Blogs und Influencer beobachtest, die in ihrem Blog so viel mehr tun und das kann absolut entmutigend sein. Stattdessen möchten wir dich ermutigen, die beste Version von dir selbst zu sein, ohne dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Wenn wir jetzt Menschen betrachten, die uns 2, 5 oder 10 Jahre voraus sind, ist es verlockend, alles in Frage zu stellen, was man selbst tut. Du solltest aber realisieren, dass du noch nicht da sein kannst und irgendwann standen all diese Leute auch da, wo du jetzt bist. Jeder, der jetzt erfolgreich ist, hat irgendwann mal begonnen und wenn du ihre Vergangenheit betrachtest, wirst du sehen, dass viele von ihnen mit dem Bloggen als Nebenbeschäftigung begonnen haben, während sie noch von ihrem Vollzeitjob lebten oder sie mussten sich Geld von ihren Verwandten leihen, um dieses in ihr neues Business zu stecken und gleichzeitig irgendwie über die Runden zu kommen. Dies haben sie dann so lange durchgezogen, bis sie von ihrem neuen Business leben konnten. Du kannst also von ihnen lernen, aber es hat keinen Sinn, dich mit ihnen zu vergleichen. Es ist, als wäre man in der ersten Klasse und versucht, sich mit einem Fünfklässler zu vergleichen. Du bist einfach noch nicht da. Die Lernbausteine, die du in die Erstellung deines Blogs einbringst, werden es dir ermöglichen, besser zu werden. Deine Aufgabe in dieser Phase, in der du dich gerade befindest, ist es, dich darauf zu konzentrieren, deine eigene Stimme und deinen Standpunkt zu finden, deine Inhalte so oft wie möglich zu teilen und wirklich gute Inhalte zu erstellen, die einen Mehrwert für das Publikum bieten, welches diese benötigt. Dein Fokus sollte darauf liegen, zu helfen. Wenn du Zeit damit vergeudest, dich mit anderen zu vergleichen, verpasst du die Gelegenheit, deinen eigenen Stil, deine einzigartige Stimme und Möglichkeit zu finden, wie du anderen helfen kannst. Mache dir nicht die Mühe, dich mit anderen Influencern oder berühmten Persönlichkeiten zu beschäftigen. Sei du selbst. Konzentriere dich darauf, deine Persönlichkeit, Perspektive und deine eigene Art der Einflussnahme zu zeigen, die nur von dir kommen kann. Das ist das Einzige, welches niemals kopiert werden kann. Jedes Mal, wenn du etwas Neues über dich selbst, dein Publikum oder eine Vorgehensweise gelernt hast, solltest du dieses feiern und diesen Fortschritt mit anderen teilen. Dieses wird dir helfen zu erkennen, dass all deine harte Arbeit etwas bedeutet, anstatt nur zu warten, bis du den Blog mit sechsstelligem Umsatz als Anlass zum Feiern hast. Viele kleine Siege auf dem Weg zur Spitze sind es, die deine Motivation und Inspiration aufrechterhalten. Heute haben wir darüber nachgedacht, wie du negatives Vergleichen mit anderen Bloggern überwinden kannst, damit du dich weiterentwickeln und auf deine eigene Art und Weise deinen Erfolg finden kannst. Das ist alles für heute. Jetzt mach weiter und erledige die Challenge von heute und wir sehen uns morgen.